a hallo die Community für Millionen Zuschauer ich bin es wieder die man die Kurve 88 Prozent von die Exo wir können das nicht öffnen und welche Alps auch trockenbleib ähm die irgendwo noch sind ja jetzt nicht mehr cool dann machen wir es jetzt okay zu einfach ja und ich hab da was gehört was mir gar nicht gefällt was ist hier komisch komisch los toras ja 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 und mit seinen eigenen Waffen das ist Prozent immer im Kreis herum die 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 dumm Na und Stich zu und wieder einmal im Kreis Edoa Stichsum oder auch da wo man alle die Schreisse ich dachte du hältst mir den Rücken frei hatte ich doch was kann ich noch viel übernommen so leicht um kippt Euro abertet nun können sogar benutzen und mit der Täuschung im 20 21 22 27 und das ist auch nur hier okay und ich bin nicht hier 8 in der Schrott körper schild hier kann das war so wir sind hier genauer hingucken ist hier irgendwas für mich würde mich tierisch freundheit holbrocken dann geht weiter hoch so schön im bauch gestochen die sind immer ganz frisch aus haben wir das nicht angegeben was man hier machen müssen wo ich das wir müssen rauf jetzt was altkartig und abgeschaltet So, komm, wer hat das abgeschaltet? Oh, was haben wir hier noch? Ja, nix mehr. Ah, da liegt noch was. Da ist Schrott. Mhm. Ja. Äh, Doras, es wird ein bisschen... Ja, ist der Mann. 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 Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber... Ja, guuuuut. Was haben wir hier? Ja. 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 Die Frage ist, wo finden wir die? Dann machen wir hier ein bisschen Lichter machen. Ich weiß nicht, ob es geht. und dann doch unten oder wie ein kleiner energie speicher wozu fuck sind die teile ich jetzt richtig passt noch ein zettel wo sind denn die steuereinheiten ok das ist sehr schön ich habe die Kuverte abgeschaltet und ja ich habe ein steuerungsmodul gefunden mal sehen ob wir dich wieder hinkriegen deine waffensysteme funktionieren immer noch nicht aber zumindest solltest du jetzt leichtere kommandos befolgen können also du bleibst ab jetzt an meiner seite wenn ich rufe Analyse Steuerung kalibriert jawohl Sir sehr gut es funktioniert ich habe mein lager zwischen edan und er besser aufgeschlagen hier sind die koordinaten neue daten erhalten gesichert Analyse falsche fraktionszugehörigkeit ja kleiner da müssen wir jetzt durch empfehle effektivere ausrüstung ja ja ich arbeite dran äh du meinst es könnte kümmern wir uns jetzt um dein waffensystem waffensystem defekt verteidigung insuffizient hast du eine ahnung wo wir einen ersatz finden Ressourcensuche Austausch möglich alle EU-Einheiten vielleicht funktionieren die waffensysteme von chronio 3 noch so dann machen wir das gleich mal dass wir die drohne komplett haben ok dann machen wir mal eine reise bisschen zurück wollte ich eh besinnen weil da war auch eine mine glaube ich in der nähe und da war noch was ja da war so viel hätte ich mir das mal markiert naja shit happens das ist das ist das ist das ist So, dann ist eine Eid, kann ich das pflücken? Ja, es ist eine kleine Mana-Pflanze und noch eine kleine. Die Kanabe hat er das von der Seite gesehen. Und... Ah, wohl woanders rum. Lass du noch mal eine Haie pflanzen. Das war eins meines, kennst du ne? Dann helf mal! Und da, und da... Hä? Den Weg kenn ich ja gar nicht. Voilà! Jo! So! Das wird jetzt Free Climbing. Ach, mal wissen, was naschen wäre auch jetzt mal in Ordnung. Neun. Ja, jetzt sind 10 Erfahrungsbunde, die ich bekomme. Neun. Neun. 15 so dann müssten wir dann da ist nichts drauf ich hoffe ich habe es okay wir sind fast oben aber nur fast ganz gleich die welt von oben ruinen ohne befestigung wenig ehrenhaft gut 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 übersehen nein Kai das ist der zweite Stock ja wie viel Klebeband hier rumliegt Klebeband ich will nicht wissen wo der hier Kacken war naja dementsprechend verabschiede ich mich von dieser Folge bis zum nächsten Mal kurz und schmerzlos Leute links auf der Säule die letzte Folge des Projekts rechts auf der Säule ein anderes Projekt schaut da mal rein und was Erik in den Schnabel hat ist mein Kanal lasst mir was da und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit ein Kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem Sinne zack gut ciao bis zum nächsten Mal